Oma! Du zockst eigentlich in deiner Frage zu... Dann danke Junior, dass du dir Zeit genommen hast. Servus noch einmal, danke, danke. Wir würden dir gerne ein paar Fragen stellen. Also wir haben unsere Community gefragt, wegen ein paar Fragen, die haben uns jetzt ein paar geschickt und dann auch selber noch welche. Eine Community-Frage, wie oft hast du in deiner Kindheit trainiert, in deiner Jugend, in der Woche? Also, weil ich halt noch in der Schule gegangen bin, habe ich noch in der Schule gespielt. Und halt zuhause mit meinem Vater, auch wenn ich Zeit hatte, und er Zeit hatte, hatte ich auch ein bisschen mitgekickt und so. Und ja, viel Spaß mit Freunden und den Nachbarn, die haben auch mitgekickt. Also jeden Tag praktisch Fußball lernen. Ja, Ball immerhin, da war es alles. Was hat dich dazu bewegt, dass du Profi geworden bist, oder dass du dich für den Werdegang entschieden hast? Weil viele sind ja am Weg bis dorthin eigentlich, wo sie sagen, sie gehen dann irgendwann auf und man muss ja dranbleiben. Es war halt immer ein Traum, dass ich halt auch zu Salzburg und halt in der ersten Mannschaft schaffe. Und es ist halt schon gewonnen bei der Akademie, wo ich in der Akademie war und so. Und ja, es ist bei mir echt gut gelaufen dort. Und ich habe mich auch gut gefühlt und war auch oft im Stadion und habe gesehen, wie geil es im Stadion das Spiel ist. Und da bin ich auch. Und das kann ich schaffen, mit so jugendlichen Spielern. Und ja, dann habe ich das als Ziel genommen. Und natürlich, wenn man ein Ziel hat und will man das schaffen, dann verfolgt das. Ja, genau. Warst du eigentlich davor schon in der Akademie? Wenn ja, in welcher? Ja, Repul Akademie. Okay. Das war die erste Akademie. Also die erste. Okay. Ich war halt bei GAK und da war nicht so eine Akademie. Da war ich mit 14 oder so und dann bin ich herkommen. Da war ich die ganze Akademie, Lieferin, Lieferin, ja. Und dann halt die erste. Ich war dazwischen halt in der Schweiz. Ah. Und dann bin ich wieder hergekommen. Mega, mega. Hast du irgendeine spezielle Routine? Ich bete halt in der Früh und dann, wenn ich auch in den Stadion rausgehe und so. Und natürlich, zuerst die linke Schuhe und dann die rechte. Das hat sich halt irgendwann einmal so angefangen und ist gut gegangen. Ja, genau. Die Tore sind gekommen und dann. Ja, genau. Dann hat es passt, ne? Ja, top. Wer hat dich dazu bewegt, Fußballprofi zu werden? Als Kind bin ich Alaba und halt so Nehmer auch. Und jetzt ist halt, ist eigentlich so viel von Nehmer. Wie er Spaß am Fußball hat und so und am Platz. Und was er mit dem Ball macht und so. Und so technisch und so. Echt brutal. Und auf meiner Position halt Lewandowski. Ah, okay. Der Lewa. Gutes Vorbild. Voll. Schieß von überall der Tore. Das stimmt, ja. Bei seiner Maschine. Was würdest du jungen Spielern, sag einmal so, wie du den Werdergang gemacht hast, ans Herz legen? Ja, dass man nicht so schnell aufgehen soll. Man denkt sich so, das schafft man nicht und so. Und halt irgendwie kommen so schlechte Nachrichten von der Seite und so. Und das soll man nicht annehmen und so. Und einfach positiv bleiben. Und halt, wenn du ein Ziel hast, dass wir darauf arbeiten, also arbeiten müssen, damit du es kriegst. Also konsequent. Du ziehst und egal was man sagt, dann auch. Und am Ende, wenn alle wieder zurückkommen und halt, wow, der hat es geschafft. Und so. Dann wirst du dich belohnen und so. Und auch auf sich selber hören und nicht auf die ganzen Hater und sagen, hey, du kannst das nicht, sondern einfach wirklich konsequent durchziehen. Und schon bei der Gäste. Genau. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Dann ist es auf jeden Fall gut, dass wir da reinkommen. Sehr voll. Cooler Tipp, ja. Also wahrscheinlich sind wir jungen auch dabei bei uns in der Community. Die interessiert uns sicher. Bei uns ist schon die Zeit vorbei. Viele Verletzungen auch. Aber dafür geht man gerne zuschauen. Und was war so dein schönstes Erlebnis bei, generell, also nicht nur bei Salzburg, auch so generell im Leben? Irgendwas, wo du dich gerne zurückerinnerst? Ja, gegen Bayern. Das erste Champions League. Das war ein Traum für mich. Und ja, ich habe mich extrem gefreut. Und von da ist es halt eh immer gut gegangen. Und der Hattrick aus der Wien war auch geil für mich. Und das war mein erster Hattrick in der Bundesliga. Jufflick war auch ein geiles Erlebnis, wo wir so weit gekommen sind. Und ja, so und so. Ja, es ist überhaupt eine geile Erfahrung, wenn du dann gegen Surreal spielst. Wahrscheinlich bin ich Vika. Dortmund, ich glaube Bayern auch. Genau, genau. Paris hat es auch gehabt. Es ist schon genial. Liverpool und so auch. Ja, genial. Es ist schon cool. Das ist echt gut. Im Training, es gibt doch immer einen, der aus Sport kommt. Wer ist das bei uns? In der Richtung? Gibt es da irgendjemand was? Oma. 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 Und du merkst schon, wenn jemand laut ist und er rauskommt, du weißt das auch. Okay. Ja, das ist eigentlich so. Ja, immer so ein bisschen. Ja, immer so ein bisschen mit Verspätung. Ja, ja. Ja, ja. Ja, der vergisst, dass er Training hat und er macht zu viel Musik und tanzt und so. Und dann. Aha, es ist schon 29. Jetzt ist der Sprint darüber. Sind die Frage mit DJ auch erledigt? Ja, ja. Also, Oma ist erledigt. Ja, Noah oder Oma oder ich oder Mau. Das ist halt so abwechselnd. Wer als erster da ist, macht alle DJs. Gegen wen würdest du noch gerne spielen jetzt in deiner Fußballkarriere? Weißt du deinen Lieblingsgegner? Gegen mal Messi würdest? Ja, also gegen Messi und so. Und Van Dijk. Ich glaube, ich habe auch einmal gegen Van Dijk gespielt, aber ich will noch einmal einen Revanche haben. Und natürlich gegen Neymar. Das stimmt, Paris. Dein nächstes Jahr Champions League wahrscheinlich. Wäre geil, ja. Gruppe A mit Paris, Salzburg. Der war's wieder am Start im Start. Das wäre geil, ja. Was würdest du anders machen, wenn du könntest? Oder ist alles so perfekt gerennt, wie es gerennt ist? Oder willst du irgendwas, was du verändern möchtest? Nee, ich bleib dran und will einfach weitermachen. Damit ich halt auch weit komme und halt weitere Ziele erreichen kann. Das ist halt einfach deine Ziele verfolgst und dranbleibst, dass du es halt so gerennt, dann bist du das. Was sind so deine Lieblingsserien eigentlich? So als Fußballprofi? Oder schaust du über Serien eigentlich? Ich schaue schon Serien, aber so an ihm. Ah, geil. Ich auch. Schaust du One Piece? Ja, ich liebe One Piece. One Piece sagen alle, es ist halt so gut und so. Ja, extrem gut. Wir haben Naruto schon fertig ausgespielt. Ja, das ist auch mörderisch. Aber One Piece ist noch mal viel besser. Viel, viel besser. Ich bin am Anfang so ein bisschen noch langweilig am Checktack. Und dann kommt heute anscheinend. Genau, die alten Folgen. Ich bin noch dran. Wahrscheinlich bin Karim, oder? Ja, Karim hat mich schon länger gesagt, schau, schau, schau. Ich habe nicht, ich habe Naruto zweimal noch angeschaut, weil es so geil war. Und jetzt, von Oko als Prime, er hat mich dann gezwungen, dass ich anstehe. Weil, er hat mich schon so oft gesagt, schau, schau, schau. Ich sage, ja, ich schaue. Und ich habe auch immer das. Jetzt habe ich... Ja, Gott sei Dank. Du verpasst was. Also ich schaue auch extrem viel Anime. Schaust du sonst noch irgendwas? Also von Anime her jetzt irgendwelchen anderen oder derweil nur Naruto? Es war noch eins mit Basketball, ich weiß nicht, wie das heißt. Ah ja, auch auf Netflix, genau. Also auf Netflix. Und es gibt eins mit Fußball auch. Aber das ist auch... Dieses Blue Lock? Ich glaube, Blue Lock? Ja, der ist der beste Anime. Also wirklich, der ist krass. Mega cool. Und wer ist dein Lieblingscharakter bei One Piece? Richtigste Frage. Ähm, Raffi. Raffi, ja? Er ist so lustig einfach und ich muss das ganze lange, weil... Einfach so ein Dummkopf. Ja, genau. Er ist so stark. Er ist so stark. Er ist halt, wenn irgendwas nervt, er gibt ihn zurück. Wenn er was auch haben will, holt er sich was. Richtigste Frage. Ronaldo oder Messi? Oh, es haben so viele. Es waren so viele. Kassiker. Ich sage am meisten immer Nehmer. Nehmer. Weil halt die beiden sind halt für mich extrem starke Spieler. Und es ist halt... Einer ist richtig... Er hat voll die Technik und so. Einer ist voll der Haut, der arbeitet auch voll der Haut und so. Und kann auch. Ich bin für beide. Weißt du? Das ist ja immer Nehmer. Nehmer. Ich glaube, das ist hier die beste Entscheidung. Ich bin ja auch der Meinung. Ich bin ein riesen Ronaldo-Fan. Aber ich finde, man kann einfach beide nicht vergleichen. Es sind beide individuelle Spielertypen. Nehmer. Ich sage mal, er tut mir leid, dass er so im Schatten steht von beiden. Aber er ist ein krasser Spieler. Das ist auch technisch auf jeden Fall komplett stark. Also das... Ja. Genau, genau. Nehmer. 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 Jede Bedürfung fliegt er oben. Ja, genau. Wenn seine Schwester Geburtstag hat. Nehmer. 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 Zockst du eigentlich in deiner Fraz oder so? Ja, jetzt zog ich auch FIFA und so. FIFA. Ja. Aber... So, mich freuen das online. Weißt du? Ja. Und meistens zog ich halt Fortnite. Fortnite egal. Das spielen wir auch manchmal. Und Call of Duty Warzone. Ja, ich habe früher oft mit Warzone gespielt. So mit Freunden und so. Aber dann habe ich aufgehört. Weil es irgendwie, keine Ahnung, nicht so gepackt hat. Aber jetzt... Ich soll nicht Warzone spielen, sondern das andere, glaube ich. Ist viel geiler. Ähm... Das Rebirth? Wiederbelebung? Ich glaube, das ist ja... Ach, schick geiler. Genau. Und du meinst, das ist viel geiler als Warzone. Neh, stimmt ja. Das macht mehr Spaß. Ja. Das ist wirklich geil. Ja. Wir können mal zusammen zocken, wenn du willst. Also wir spielen fast jeden Tag. Richtig. Nezalas. Gerne, gerne. Kannst du schreiben? Ja, voll. Also in dem wieder streamen. Ja. Wie heißt das? Also wenn man dich adden darf. Ja, sicher, sicher. Ähm... Ansonsten schreibe ich dir mal auf Instagram. Ja, schreibe mir auf Instagram. Schreibe ich dir mal eine Nachricht. Ja, sonst haben wir noch... Kennst du this or that? Das Format? This or that? Also dies oder das. Dann würden wir dir kurz Fragen stellen. So ein Ausruf, so weißt du? Ja, genau, genau. Such einen Anfangfilter, so wenn du willst. Ronaldo und Messi haben eh schon gegen... Nein. Genau. Tor zum Ausgleich in der 90. Minute oder ein Assis machen zum Siegestreffer? Tor in der 90. Minute? Zum Ausgleich. Zum Ausgleich. Ach so? Zum Ausgleich oder ein Siegestreffer auflegen. Genau. Es ist zum Siegestreffer. Es ist zum Siegestreffer. Es ist zum Siegestreffer, ja. Egal. Aber zum Siegel. Aber zum Siegel. Ja, genau. Zum Siegel. Real Madrid oder Barcelona? Boah. Eigentlich Real. Aber Barcelona ist auch ein guter Mann. Ich sage Real. Ja? Es ist schwierig mit David Alaba und dem auch bei Barcelona. Es wird ein schwieriger Ding. Ich bin geablaufen. Was sagst du zum Spiel gestern? Was hast du dir angeschaut? Ja, schon. Ich war ein paar Mal weg, aber ich habe es schon angeschaut. Einmal zu Real Madrid und dann gewinnt Barcelona. Ja. Einmal zu Real Madrid und dann gewinnt Barcelona. Weil er untreu war. Ich sage es dir, weil er untreu war. Er ist ein Barcelona-Fan und er hat bei Tipico gewartet auf Real Madrid. Also. Also. Ich habe immer so viele Schüler verletzt. Nein. Ich sogar als Real Madrid. Und dann habe ich gesagt, die werden verlieren gegen Barcelona. Ach so. Verlieren. Ja. Weil ich habe immer, Barcelona spielen eigentlich immer so stark gegen Real. Und Real tut sich extrem schwer gegen Barcelona. Egal wie schlecht hier steht. Instagram oder TikTok? TikTok. Weil TikTok sind so viele lustige Sachen. Unglaublich. Ich habe auch die. Ich wüsste die Motivation. Ja. Dann muss ich dich auch kurz fragen. Kennst du den, wer ist der Meister Thomas? Nochmal? König Thomas. König Thomas. König Thomas. Kennst du den? Ja, ja. Ich habe doch mal YouTube-Fan. Keine Show. Keine Show, Freddy. So, Fitnesscenter nach dem Training oder Netflix und chill? Also nach dem Training? Ja, genau. Du bist eher so, der sagt so, ja ich bin jetzt so wie Ronaldo. Ich muss jetzt noch ein bisschen pumpen gehen, weil Training war jetzt nicht so. War schon gut, aber ich habe noch Power oder eher zu Hause Netflix und chill? Ja, ja. Wenn das Training so intensiv war, dann schon Netflix und chill. Okay. Und wenn es halt wenig war, dann mache ich schon extra noch dazu. Okay. So, wenn ich noch ein bisschen was dazu erwarte? Ja, klar. Ja. Dass man auf das Ding hängt, ne? Äxeln in eine schlechtere Liga oder zum Erzfeind? Oh. Das sind so Dings, sind so creepy Dings. Ja, die Wahl ist mir egal, wenn jemand hat oder hat. Ich will einfach spielen und mich verweisen, weißt du? Das heißt, noch besser werden und lieber in der gleichen Liga bleiben. Ich will noch besser werden. Genau. Der richtige Ansatz eigentlich, ja. Machst du gerne Urlaub am Strand oder fährst du gerne in die Berge rauf? Ah, Strand. Okay, Strand. Ja, nichts für mich. Ja, also eher so, mal die Dieben. Auf ganz entspannt. Genau, genau. Ja, das wäre sowas für mich. Genau. Dann haben wir noch Playstation oder Xbox? Playstation. Ja, ganz klar. Die Sache ist momentan, glaube ich, komplett erledigt. Ja, die ist super. Perfekt. Genau. Cool.